Da es am Morgen neblig nass war, hatte mein 311 beim Flügen mehr Schlupf. Was ich dagegen machte, werdet ihr gerade sehen. Viel Spass und ein schönes Wochenende wünscht euch Bauer Hause. Lasse ich da noch ein bisschen Luft ab, einem Hinterrader. Mit diesem Teil kann ich gerade Luft ablassen und messen. Man sieht, ein Bad. Lasse ich da ein bisschen ab. 4K 08. Das Problem da bei meinem Luftmesser. Die Scala ist zu viel zu gross. Die gebe ich bis auf 10 und ich kann schlecht ablesen. 0,8 Bar. Ich kann das nur so abschätzen. Das muss dann einmal geändert werden. Wenn ich auch Druckluft habe, könnte ich auch wieder reinfüllen für die Nachhausefahrt oder so. Jetzt kommt das zweite Rad. Wird auch noch abgelassen. Ja, eine automatische Druckluftanlage wäre natürlich allerdings besser. Aber für den Bauer Hause reicht das. Ich habe die Möglichkeit, das erstellen. Da Luft abzulassen, wenn es nicht stimmt. Ja, jetzt hinten noch 1 Bar. Es geht nicht so schnell, das Luft ablassen. Einfüllen geht fast schneller. Das Luft ablassen ist ein kleiner Austritt. Das hinten ist größer. Es müsste auch einmal geändert werden. Ja, und da gerade 9 Uhr ist, ist der Kaffee-Time für Bauer Hause. Das muss sein. Das braucht der Bauer Hause. Ein Kaffee um 9 Uhr. Gekauft in der Landi. Zum Kaffee.